Wunderschönen guten Morgen. Ihr seht, wir sind wieder für euch da. Wir haben euch ein bisschen im Stich gelassen die letzten anderthalb Wochen, aber wir hatten auch eine schwere Impfung hinter uns. Wie ist das Zeug, was wir uns spritzen lassen haben, was nur einmal ist? Johnson. Johnson & Johnson. Boah, mir ging es nicht gut, muss ich mal sagen. Aber gut, wir haben es überlebt und wir sind da und haben uns für euch impfen lassen. Gut, was haben wir dann gekriegt hier in der Zeit? Eigentlich jede Menge Zeug, aber das kann man euch gar nicht vorstellen alles. Also ein Lenkrad für die Xbox One haben wir hier. Das ist sogar mit Gangschaltung und so. Eine Xbox One haben wir gekriegt, eine PS4 haben wir gekriegt, eine normale Terabyte, 500 Gigabyte, eine PS5 haben wir gekriegt. Dann haben wir noch eine PS4 Pro bekommen. Dann ein neues rausgekommen, das neue Pokémon Set. Drachenwandel heißt das. Haben wir einmal in Deutsch und in Englisch halt. Dazu gibt es auch noch diese Trilina Boxen hier, zwei verschiedene. Da sind ja immer die Booster drin und die Kartenhüllen und so weiter. Kennt ihr ja halt die ganze Sache. Dann ist noch Force of Will das neue Set gekommen. Die siebte Macht. Und für PS5 ist noch dieses Aliens auf jeden Fall gekommen. So und dann gehen wir mal hier ein Stück weiter. Wir haben neuen Poster Ständer auch noch bekommen. Da haben wir das Tassenregal weggeräumt, damit das passt. Allerdings fehlen noch einige Poster. Der Hauptbereich hier ist, sage ich mal so Manga Poster. Ja, hier Detektiv Kohn, One Piece, Yu-Gi-Oh, Berserk, Goblin Slayer. Na gut, League of Legends ist vom Spiel halt. Gibt es gleich mehrere. Venom haben wir hier. Tokyo Ghoul, Warhammer, 40.000 ist das. Jojo Bizarre Adventure. Hier der kleine Mandalorian. Und wie heißt da? Der Baby Yoda, ne? Nochmal One Piece, My Hero Academy. Aber wie gesagt, da müsst ihr einfach mal vorbeikommen. Müsst ihr gucken. Super Sachen auf jeden Fall. Auf jeden Fall für die Manga Fans. Top. So, und dann müssen wir mal ein bisschen weiter gehen. Folge mir bitte. Ich renne auch nicht so schnell. Ja, du bist so langsam. Das liegt wohl an meinem Stummelbeinchen. Ja, das kann wohl sein. Obwohl, wir haben ja gestern diese komische Serie geguckt hier. Nerds and Beauties oder Beauties and Nerds oder sowas. Ich muss sagen, die Beauties, die sahen alle beschissener aus wie du. Oh, du Schleimer. Und das ist nicht geschleimt. Das ist die pure Wahrheit. Die mit ihren aufgespritzten Lippen und alles, was es da gab. Ach, das ist überhaupt keine Welt. Mal gucken. Wie haben sie das denn eingetragen? Also, das scheinen alles Tassen zu sein. Das müssen wir noch alles für euch auspacken. Auch Berserk. Also, wahrscheinlich auch viele Mannersachen. Weil es vom gleichen Lieferanten ist. Aber, ich mach mal zwei, drei Kästen. Auch für euch. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, was so in den anderen noch ist. Ich glaube, das muss ich mal nachher in Ruhe machen, denn es reicht die Zeit einfach nicht. Währenddisch. Nightmare before Christmas. Ich wusste gar nicht, dass da so ein komisches, viel Kotlin vorkommt, war. Hm, okay. Wie dem auch sei. Warte, ich mach mir noch mal einen Anleihenkarton. Vielleicht ist da noch was an uns drin. Mal was anpassen. Und voilà. Es sind noch mehr Tassen. Ja, gut. Okay. Tokio Ghoul. Wir verwöhnen aber unsere Manga-Leute, wa? Das gibt's ja gar nicht. Gut, das reicht erst mal mit Tassen, würde ich sagen. Das machen wir nachher, ne? So, und dann gehen wir weiter. Vorsicht, da steht was hinter dir. Ja, unser Batman von Philly ist immer noch da. Immer noch nicht abgeholt, siehste. So, ja, das ist natürlich besonders cool. Das hatten wir schon einmal. Dieses Castle Graveskull von Masters of the Universe. Mit der Figur halt. Jetzt auch richtig zum Verkauf. Das andere war ja damals Kundenbestellung halt, ne? Und diese Matten habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Das ist ja von diesen Monster Hunter Eisbohren. Aber die sind auch immer sofort weg gewesen. Unser bester Artikel fast, würde ich sagen. Sensationell. Aber den jetzt wieder neue. So, das war eine Kundenbestellung, ne? Die müssen wir natürlich aufheben. Die darf man nicht verkaufen. So. Ist das Thanos? Weißt du nicht. Ich auch nicht. Okay, dann haben wir gut als Halter hier gekriegt für den Controller. Das ist ja... Ja, wie heißt die in dieser Fusispa-Serie? Hieß die nur Kickers? Ich glaube von Kickers, ne? Ist das eine Figur? Genau. Dann haben wir hier jede Menge Würfel, wie ihr seht. In verschiedenen Farben. Haben wir natürlich noch mehr. Also wenn ihr ein paar Würfel braucht, die haben wir jetzt in jeglicher Ausführung quasi. Na gut, hier noch ein paar Hüllen gekommen. Das war halt noch limitiert hier. Von Yu-Gi-Oh! Versilbert. Limited Edition. Wie viel gibt es davon? 9995. Blue Eyes Wide Dragon. Aber die laufen ja auch immer ganz gut, ne? Wenn die mal da sind. So, dann haben wir hier eine Figur noch. Von Flash. Dann haben wir irgendwie so eine Hefte bestellt hier. Für Mini-Karten. Also für ganz kleine Karten. Da passen aber auch keine Yu-Gi-Oh! Karten oder sowas rein. Das war wohl eine Fehlbestellung. Müssen wir gucken, ob wir die wieder loswerden. Irgendwie. Die ist auf jeden Fall auch schöner wie die gestern aus der Sendung. Dann haben wir hier noch Buffy Duck und Bugs. Das wäre dann mein Konkurrent quasi. Nee, das bist du und das bin ich. Naja, ich sehe besser aus wie Bugs. Da kommst du vielleicht so ran. Ne? Ja, könnte natürlich sein. So, dann haben wir Terence Hill bekommen. Wir hatten ja schon mal Bad Spencer. Also passend dazu. Auch vom gleichen Hersteller. Dann ist hier nochmal ein Flash. Und von The Witcher haben wir noch eine Figur bekommen. So. Das ging relativ schnell, ne? Sehr schön. Gestern bei dieser Sendung übrigens. Da war dann auch noch so ein Stylist. Und der hatte Klamotten an. Gott, die soll ich nie anziehen. Und der soll dann die anderen anziehen. Ich habe dann nicht weiter geguckt. War es dann noch schön? Naja. Naja. Na gut, so viel von uns. Bis nachher. Wir machen auch gleich auf, ne?